Jakob ist zusammen mit Abraham und Isaac einer der Erzväter der Israeliten. Seine Geschichte wird im ersten Buch Mose erzählt. Jakob in der Bibel Jakob lebte nach dem biblischen Bericht etwa im 18. Jahrhundert v. C.H.R. Er wurde als zweiter Sohn seiner Eltern Isaac und Rebekah kurz nach seinem Zwillingsbruder Esau geboren. Bei der Geburt hielt er sich an der Phase Esaus fest, weshalb der Name im Hebräischen auch synonym für Phasenhalter ist Gen 25,26 EU. Über die Familienbeziehungen wird gesagt. Als Esau eines Tages hungrig vom Feld kam, verkaufte er sein Erstgeburtsrecht an Jakob für ein Linsengericht. Später erschlich sich Jakob auf Initiative und mit Hilfe seiner Mutter auch den Erstgeburtssegen von seinem erblindeten Vater Isaac. Aus Angst vor Esaus Zorn schickte Rebekah ihren Sohn nach Haran zu ihren Verwandten. Auf dem Weg dahin erschien ihm im Traum die Himmelsleiter. Gen 28,12-17 EU In Haran diente er Laban, dem Bruder seiner Mutter, jeweils sieben Jahre für dessen Töchter Lea und Rahel. Eigentlich hätte Jakob nur Rahel heiraten wollen, doch Laban sorgte mit List dafür, dass er zuerst Lea heiratete und ihm für Rahel weitere sieben Jahre dienen musste. Zwischen den Schwestern kam es zu einem regelrechten Kampf um den Ehemann. Da Rahel zunächst keine eigenen Kinder bekam, gab sie Jakob ihre Magd Bilhar, mit der Jakob zwei Söhne zeugte. Schließlich erhörte Gott Rahels Gebete und sie bekam in Haran den bis dahin jüngsten Sohn, Josef. Durch Jakobs Fleiß wurde Laban ein reicher Mann. Aufgrund einer klugen Abmachung mit seinem Schwiegervater wurde Jakob selbst ebenfalls sehr reich. Nachdem Jakob seinem Onkel 20 Jahre gedient hatte, machte er sich mit seiner Familie und seinem ganzen Hab und Gut heimlich auf den Rückweg nach Kanar an. Als Laban drei Tage später davon erfuhr, verfolgte er Jakob. Doch in der Nacht, bevor die beiden aufeinandertreffen, erschien Gott Laban im Traum und warnte ihn, Jakob Böses zu tun. So schlossen die beiden am nächsten Tag einen Bund des Friedens und gingen getrennte Wege. Als Jakob und Laban ihren Streit friedlich beigelegt hatten, errichtete Jakob eine Steinsäule und schichtete dann Steine zu einem Haufen auf, der dort noch jahrelang als ein Zeuge des Friedensbundes diente, den die beiden bei einem feierlichen Mahl geschlossen hatten. Sie nannten den Steinhaufen Galede und Maispe. Jakob fürchtete sich davor, in der Heimat auf seinen Bruder Esau zu treffen. In der Nacht, bevor die beiden sich begegneten, wurde Jakob am Fluss Jebok von einem Mann angegriffen, der mit ihm die ganze Nacht rang. Als die Morgendämmerung heraufzog, ließ Jakob ihn nur gegen einen Segen ziehen. Er erhielt von dem Mann, der sich als himmlisches Wesen herausstellte, den Namen Israel, Gottesstreiter, da er mit Gott und Menschen gerungen und gesiegt hatte. Dies ist das letzte Mal im Alten Testament, dass ein Mensch körperlichen Kontakt mit Gott hatte, weder Moses noch David erfuhren diese Ehre. Am nächsten Tag begegneten sich die beiden Brüder. Esau war Jakob gegenüber anders als befürchtet, freundlich gestimmt. Jakobs Nachkommen Aus Jakobs Söhnen gehen die zwölf Stämme Israels hervor. Mit Jakobs Söhnen haben Esaus Nachkommen später Streit um Landrechte. Als Jakobs Tochter Dina vom Sohn eines fremden Landherren vergewaltigt wird, töten ihre Brüder daraufhin mit List alle Männer der Stadt und nehmen alle Frauen, Kinder und Tiere als Beute mit. Bei der Geburt ihres jüngsten Sohnes Benjamin stirbt Jakobs Lieblingsfrau Rahel. Etwas später stirbt auch sein Vater Isak, den er gemeinsam mit seinem Bruder Esau begräbt. Jakob wohnt nun im Land Kanaan. Seinen Sohn Josef bevorzugt und beschenkt er, worüber dessen Brüder sehr verärgert sind. Bei einer günstigen Gelegenheit wollen sie ihn zuerst töten, verkaufen ihn dann jedoch an medianitische Kaufleute. Ihrem Vater schicken sie Josefs bunten Mantel, den er von ihm bekommen hatte, in Ziegenblut getränkt. Jakob, der meint, sein Sohn sei von einem wilden Tier getötet worden, trauert lange um ihn. Etwa 22 Jahre später kommt Jakob wieder mit seinem Sohn Josef zusammen, der mittlerweile der zweithöchste Mann in Ägypten ist. Weil im ganzen Land eine siebenjährige Hungersnot ausgebrochen ist. Josef lässt seine ganze Verwandtschaft nach Ägypten umziehen, wo er ihnen den besten Landesteilgosen schenkt. Vor seinem Tod lässt Jakob Josef rufen und erklärt ihm, dass er die beiden Söhne Josefs, Ephraim und Manasseh, als seine eigenen Söhne anerkennt. Als Jakob die beiden segnet, gibt er Ephraim, dem Jüngeren, den Segen des Erstgeborenen und Manasseh, dem Älteren, den Segen des Zweitgeborenen, obwohl Josef dagegen protestiert und versucht, seinen Vater zu einem Segen entsprechend der Reihenfolge der Geburten zu bewegen, beharrt dieser auf der von ihm gewählten Reihenfolge. Jakobs Tod und Begräbnis Unmittelbar vor seinem Tod ruft Jakob seine zwölf leiblichen Söhne zusammen und beauftragt sie, ihn in der Höhle auf dem Grundstück des Hethiters Ephron zu begraben, auf dem Grundstück von Machpela bei Mamre in Kanaan. Das Grundstück hatte Abraham von Ephron als eigene Grabstätte gekauft. Dort hatte man Abraham und seine Frau Sarah begraben, Isaac und seine Frau Rebekah ebenfalls und auch Jakob hatte seine Frau Lea dort bestattet. Jakob stirbt schließlich nach einem Aufenthalt von 17 Jahren in Ägypten. Auf Bitten von Josef wird der Leichnam seines Vaters einbalsamiert. Die Ärzte benötigen dafür 40 Tage und die Ägypter beweinen ihn 70 Tage lang. Stammbaum Gedenktag Folgende Kirchen erinnern am 5. Februar an Jakob. Lutherische Kirche Missouri Synode Römisch-katholische Kirche Jakob im Islam Jakob gilt als einer der Propheten des Islam, er wird im Koran als Jakub erwähnt. 3 zu 4 und 80 sag Wir glauben an Allah und was auf uns und was auf Abraham, Ismail, Isaac, Jakob und die Stämme Herab gesandt worden ist und was Moses, Jesus und die Propheten von ihrem Herrn erhalten haben, ohne dass wir bei einem von ihnen einen Unterschied machen. Ihm sind wir ergeben. 4 zu 163 Wir haben dir die eingegeben wie dem Noah und den Propheten nach ihm, Abraham, Ismail, Isaac, Jakob und den Stämmen, Jesus, Hiob, Jonas, Aaron und Salomo. Und dem David haben wir einen Psalter gegeben. 38 zu 45-47 Und Gedenke unserer Tätigen und Einsichtigen diene Abraham, Isaac und Jakob. Wir haben sie in Sonderheit mit der Mahnung an die Behausung ausgezeichnet. Sie gehören bei uns zu den Auserwählten und Frommen. Siehe auch Die Bibel, Jakob Zwei Brüder Motiv